Ich hol den Sumpfgebiet ja noch mit. Das heißt, du bist jetzt in einem komplett neuen Gebiet, quasi. Fahr jetzt wieder hin, ja. Im dritten, quasi. Mhm. Sollte man nicht vielleicht die erste Mission an den ersten und zweiten fertig machen? Ja gut, ich hab jetzt leider nach der Reihe gemacht, die Mission. Wie nach der Reihe. Wie nach der Reihe, das war die nächste dann. Verstehe. Machen müssen wir ja leider. Ja, stimmt. Jetzt haben wir schon begonnen überkreuzen, also ist auch schon wurscht. Jetzt überlege ich mal, ob ich überhaupt in das dritte Gebiet fahre. Und das dritte? Wo du jetzt bist. Was müssen wir da bringen? Ich überlege mal, ob ich überhaupt hinfahre. Ja, du warst ja dort schon. Verstehe jetzt nichts. Du hast ja dort schon gespielt jetzt, also. Und warum kannst du das wirklich nicht hinfallen? Nein, Anspielung. Auf die Zocker-Games. Achso. Schlechter Scherz. Habe ich jetzt nicht verstanden. Habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, hab ich gemerkt. Ja. Ach. Ach. Habe ich heute schon nicht. So. Habe ich jetzt anders da rein. Und so einen fetten Anhänger schiebe ich nicht sogar. Ja. 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 Weil diese Konversation, da habe ich nicht verstanden. Verstehe ich bis heute nicht und. Ja. Aber ist egal. Ich akzeptiere. Jetzt. Ich werde es halt in Zukunft berücksichtigen sollen. Und auch konsequent durchsetzen. Vermutlich. Ja. 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 Was denn? Das sind unterstellungen? Ist ja auch unglaublich. Was denn? Na ja. Das ich. Während wir ein Projekt machen. Das Spiel nochmal spielen. Das ist ein Boden drunter. Ich könnte mich nicht erinnern, dass ich es jedes Mal gemacht habe. Was? Eigentlich nicht. Aber du hast ihm recht gegeben, ja. Wo habe ich recht gegeben? Du hast geschrieben, aber eigentlich hat er recht. Recht? Habe ich geschrieben. Mhm. War das auf was bezogen? Ja. Schon an. So. Ja. Mit dem Kran. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stämme... Untertitelung des ZDF, 2020 Stämme... 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 Ich kann nicht so schlimm sein, aber wie. Man, das ist auch so, ich verstehe einen gewissen Teil von ihm, ja. Wenn ich jetzt sage, okay, einer kennt das Spiel und der war schon sehr vor, weißt du, Mann? Diesen Part verstehe ich schon, aber ich könnte mich nicht erinnern, dass ich das je gemacht habe, weißt du, Mann? Weil wir hatten auch bis jetzt noch nie ein Spiel, wo ich alles kannte. Weil ich dieses Spiel am meisten zu release spiele, so wie der Forrest. Da habe ich die ersten zwei Updates mitgemacht und die letzten acht, keine Ahnung, was er meint, wie man warft. Habe ich im Early Access noch gespielt, vor drei Jahren. Da hat sich seitdem einiges getan. So. Oh, kann man das Stahlträger holen, da brauche ich die Alten da gar nicht mehr aufsammeln gehen. Dann mache ich das so. Bei mir sei das wirklich wurscht. Wie gesagt, diesen Punkt verstehe ich, wenn dann einer durchwurscht. Aber wie gesagt, was ich dir als Tipp geben kann wegen diesem, weil du sagst, wir machen alles so aus, dass du dich trotzdem selber mit dem beschäftigst. Mhm. Und sind da... Warum ist das so, weißt du? Aber wenn du es annimmst, ja, und es ist da, dann... Ja, logisch, dann... Wenn du es später irgendwann brauchst, weißt du es nicht mehr, ja. Mhm. Zum Beispiel, ich habe gefühlt bis jetzt noch keinen Ton gesehen. Ja. Der Ton ist unter Wasser. Obwohl ich immer tauchen gehe. Der kann ja auch... Warte, ich kann auch weg sein. Warte. Scheiße. Ja. Es ist unter Wasser. Ja. Es ist unter einem Ton. Warte. Ja. Bon. Nein. Attach. Ich weiß nur, dass ich die vorgehrlich jetzt nicht hochladen dürfte. Komm. Falls das zuschaut. Und? Was sagen wir nicht, dass ich es gehört habe? Wobei, nichts Schlimmes eigentlich. Ich habe nichts gesagt, was nicht auch in dieser Gruppe steht. Ich glaube, da hat er einfach einen schlechten Tag auch geklappt. Zwei. Ja, zwei. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist schon so. Ich glaube, er meint das schon so. Du glaubst. Haben wir wirklich bis jetzt Forrest als richtiges Thema gehabt, das wir spielen? Eigentlich nicht. Gut, das war ja bis jetzt auch kein Thema. Was, was wir spielen? Das war jetzt schon... Jetzt hat er in Forrest außen das viermal Thema oder so. Ja, aber es ist auch nie aktiv von ihm kommen. Hey, spielen wir jetzt Forrest oder so? Ja eh, weil ich schon gespielt habe. Ach so, okay. Hat er geschrieben in der Gruppe, deswegen haben wir das nicht mehr überspielt. Spiel. Okay, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich auch, wo du gemeintest. Okay, Forrest nach... Du hast ja selber geschrieben, weißt du, Mann? Mhm. Ja. Gut, dann wird es im Zug nicht dabei schwer werden, neben deinem Projekt zu finden. So schmeißt du es ja nicht. Es gibt ja noch genug Spiele, die ich nicht gespielt habe. Jaja, aber meistens, wenn, dann kommt er ja auch mit neun daher. Ja, das auch. Wo du oder ich oder wir oder so schon uns denken, hey, das wäre langer. Gut, aber das ist ja nicht das Problem. Ja, eh nicht. Wie gesagt, wenn du wegen der Entschroderung das kühlerst, dann sagst du das nicht. Wer war es? Ah, es dreier Brücke. Nein, wie gesagt, wenn du es machen willst so, dann machen es so. Bin du dabei. Oh, was hat der da auf, der da? Der da? Angst. Ah, der hat auch Stahlträger. So, oder? Stahlträger ohne Ende. Stahlträger ohne Ende auf der Karte, wie ich. Ist das diese Matschkarte? Ja. Ja. Mit den Sumpfen und so. Oh ja. Ich erinnere mich. Ich glaube, das wird die letzte, was wir gehabt haben. Wir haben nur diese Karte gespielt, wie gesagt. Wir haben nur Michigan gespielt. Aber sind das nicht vier? Ja, und das ist jetzt eine davon, von dem vier. Ja, aber. Da verstehe ich jetzt was nicht, was du meinst. Ich auch, glaube ich. Michigan besteht aus vier Kartenabschnitten. Genau, wir haben Black River, Smallville, Island Lake und Drummond Island haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Oh ja, wir haben komplett Michigan gespielt. Echt? Ja, wir haben die ganzen Hauptstory gemacht. Okay. Die Missionen, was du siehst, gehen ja über alle vier Karten. Mhm. Da kommen ja keine neuen dazu, weil du jetzt eine Karte betrittst. Achso, und Alaska ist dann jetzt wieder komplett neu quasi. Genau. Das ist dann komplett neu von. Zu zweit. Genau. Aber Alaska habe ich auch nicht komplett gespielt. Echt? Ich dachte, dass du viel mehr gespielt hast. Timing habe ich komplett gespielt. Alaska könnte ich nicht darin, dass ich alle gemacht habe. Mit dem Weg nehme ich nimmer. So, dann haben wir aus dem Posten auch entdeckt. Fuuuck. Jetzt geht die Linie plötzlich, weisst du das? Dann kann ich auch nichts machen. Wenn der Baum nicht abbrechen wird. Wenn der Baum nicht abbrechen wird. Passt! Ich glaube, ich habe mich da in den Baum eingekargelt. Ich glaube, ich habe mich da in den Baum eingekargelt. Okay. Dann tue ich mich da jetzt mal zurücksetzen. Mal umstellen. Wohin zurücksetzen? Wohin zurücksetzen? Die Werkstatt. Ich könnte einen Anzieher brauchen. Wohin. Wohin. Wohin.